Es ist dieses Jahr wieder soweit, Feuerwehr bewegt. Wir bewegen uns alle Richtung Cuxhaven. Die Nordsee gehört uns, das heißt eine schöne Radtour, wir alle gemeinsam, egal ob ihr sportlich seid, ob ihr nicht so sportlich seid, ob ihr Profi-Radfahrer seid, total egal, wir sind eh unter uns und dann geht's richtig los. Wir fahren Rad. Es gibt verschiedene Touren, die wir fahren können, einmal die richtig extremen Touren und die normalen Touren. Ich würde eher die normalen Touren mitfahren und dann sehen wir uns da gemeinsam. Meldet euch jetzt an, hier ist der Link, hier müsst ihr draufklicken, feuerwehrbewegt.de und dann sehen wir uns in Cuxhaven zu einer sehr coolen Radtour. Und wenn ihr überlegt, wie können wir da übernachten, es gibt Gemeinschaftsunterkünfte in Klassenräumen, das ist sozusagen eine Schule. Man kann Camping, man kann Zelt, man kann ein richtiges Profi-Campinggerät sein, Wohnmobil mitbringen, für alles ist dort gesorgt. Also es wird auch nebenbei noch richtig kameradschaftlich und schön. Und glaubt es mir, wir sind unter uns. Es ist total egal, ob du Profi bist oder nicht, traut euch. Komm mit mehreren Leuten einfach mit und dann tausch diesen Helm aus, gegen diesen Fahrradhelm und dann geht's auch schnapp. Wir sehen uns in Cuxhaven, volle Pulle. Und ganz ehrlich, es ist total egal, wie du gekleidet bist, was du für ein Fahrrad hast, das interessiert kein Mensch. Wir sind unter uns. Das einzig Wichtige, denk an euren Helm. Sicherheit geht vor. Bis dann. Ich bin ganz ehrlich, angemeldet habe ich mich schon, aber terminieren muss ich noch ein bisschen. Ganz blamieren will ich mich auch nicht. Wir sehen uns.